Viele Geburten passieren. Gerade im frühen Stadium meiner Schwangerschaft. Okay, verstehe ich das richtig. Ich gebe ihr also die erste Pille und warte, bis die Blutung anfängt. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Das ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an. Ich versuche dir nur zu helfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.